Wenn du als Mann in deinen Zwanzigern immer noch nicht mit so 10, 20, 30 Frauen geschlafen hast und wenn Frauen immer wieder das Interesse an dir verlieren, wenn du mit einer Frau redest, wenn du merkst, dass da einfach kein Interesse da ist, dass sie dich in die Freundschaftsecke steckt, dass sie nicht in das Gespräch, in das Kennenlernen investiert und dich eben nicht als ihren Traummann sieht, wenn deine Chats die ganze Zeit im Sande verlaufen, wenn Frauen dir irgendwann nicht mehr antworten, dich ghosten, dann hast du ein Problem und zwar ein großes. Und dieses Problem lautet, Frauen finden dich, so wie du bist, so wie du dich verhältst, einfach nicht attraktiv. Und das hat Gründe, denn Frauen stehen immer wieder auf die gleichen Dinge bei Männern. Das nennt man auch Schlüsselreize. Frauen stehen immer wieder auf die gleichen Schlüsselreize. Und von diesen gibt es insgesamt 5. Ich werde dir in diesem Video 5 Dinge zeigen, auf die Frauen nicht nur stehen, sondern wenn du diese Dinge in dein Leben integrierst, wird das auch Frauen verrückt nach dir machen. Aber erstmal, du solltest, wenn du schon dir das Video anschaust, jetzt am besten was zum Schreiben mitnehmen und jede Kleinigkeit aufschreiben auf so ein kleines, süßes Zettelchen, damit du nichts vergisst. Wenn ich du wäre, würde ich das machen. Weil das ist hier kein random Video aus dem Internet von irgendeinem Vollidioten, der dir solche Tipps mitgibt wie, du sollst einfach mehr duschen, du sollst du selbst sein, du sollst Frauen besser zuhören. Dieser ganze Schwachsinn, den du in der Brigitte oder in der Wendy liest, sondern ich mache das Ganze professionell seit über sieben Jahren. Ich habe 2000 Kunden dabei geholfen, selbstbewusster zu werden, ihr Leben komplett zu verändern, sodass Erfolg bei Frauen nur eine Konsequenz, eine Kirsche auf der Sahnetorte dargestellt hat. Und ich habe diesen Männern geholfen, eine Partnerin zu finden, die zu ihnen passt. Und vor allem auch, dass die Beziehung sich so anfühlt, auch nach vier, fünf, sechs Jahren, als ob man frisch verliebt ist. Das mache ich den ganzen Tag hier. Ich betreue Kunden und ich mache das nicht nur beruflich, sondern habe auch einen YouTube-Kanal zu diesem Thema. Also abonniere jetzt diesen Kanal, wenn du noch nicht so viele Erfahrungen mit Frauen hast, Frauen ständig das Interesse an dir verlieren, du schüchtern bist und nicht weißt, worüber du mit Frauen reden oder schreiben sollst oder du einfach eine Partnerin finden möchtest, die wirklich zu dir passt. Deswegen, du solltest dir jede kleine Sache, die ich hier sage, aufschreiben, zu Herzen nehmen und auch umsetzen. Sonst bist du derjenige, der die Konsequenzen draus zieht. Also nimm das Ganze ernst. Wenn du wirklich wissen möchtest, auf was Frauen stehen, dann solltest du dir das Video auch von Anfang bis zum Ende anschauen. Weil wenn du irgendwelche kleinen Dinge nimmst, die ich hier sage in dem Video, dann wird sich das Ganze für dich wie Schwachsinn anhören. Reiß keine Dinge aus dem Kontext, sondern guck dir dieses Video von vorne bis hinten an. Ich habe schon 2000 Männern geholfen, ich habe jede Scheiß-Situation, die es überhaupt nur geht, gesehen. Ich weiß, wie der Hase läuft, also nimm das Ganze hier ernst. Erstmal als Grundlage. Jede Frau ist gleich. Deine Mutter, deine Schwester, alle Frauen, die dich nie mit dem Arsch angeguckt haben, alle Frauen, die das Interesse an dir verloren haben, alle deine Ex-Partnerinnen. Alle Frauen sind gleich. Und es ist nicht nur so, dass alle Frauen gleich sind, sondern es wird noch schlimmer. Männer sind auch gleich. Wir Menschen sind alle gleich. Wir leben in einer Zeit des krankhaften Individualismus. Wir wollen eine ganz besondere Schneeflocke sein. Wir wollen was Besonderes sein. Aber ich sage dir, Menschen sind nicht so individuell, wie du denkst. Frauen stehen immer wieder auf die gleichen Schlüsselreize, auf den gleichen Archetypen, auf die gleichen Attribute bei uns Männern. Es ist immer wieder derselbe Scheiß. Und wenn alles nach Plan läuft, dann wird dieses Video hier verdammt viele Aufrufe haben, weil wir Werbung drauf schalten. Und ich sehe jetzt schon, dass irgendwelche ahnungslosen Vollidioten in die Tasten tippen mit ihren fettigen Chipsfingern. Aber dieses Arschloch schert alle Frauen über einem Kamm. Wir alle sind so individuell und bla bla bla. Bevor du das machst, lass die Scheiße mal kurz sein und hör zu. Wenn du denkst, dass Menschen individuell sind, dann beantworte mir eine Frage. Woher weißt du das? Wieso denkst du, dass Menschen individuell sind? Da gibt es zwei Antworten drauf. Antwort Nummer eins, weil du es so beigebracht bekommen hast. Das heißt, du plapperst einfach den gleichen Nonsens, die gleiche Scheiße nach, die du gelernt hast von Menschen, die es ebenfalls nicht besser wissen. Grund Nummer zwei, du willst dich besonders fühlen. Wenn du im Leben irgendwie versagst, wenn eine Frau das Interesse an dir verliert, wenn Frauen kein Interesse an dir haben, dann kannst du dir eingestehen, ich habe etwas falsch gemacht und ich verstehe Menschen nicht. Oder aber, du sagst, ja, die hat das Interesse verloren, weil die passt halt nicht zu mir, weil wir sind alle individuelle Schneeflocken und ich hätte das eh nicht verhindern können. Guck mal, wenn du das Verhalten von Frauen nicht lesen kannst, dann liegt es nicht daran, dass Frauen individuell sind, sondern es liegt daran, dass du zu inkompetent bist, Verhaltensmuster von Menschen richtig nachzuvollziehen. Guck mal, wie viele Menschen kennst du? Wie viele Menschen kennst du wirklich? Ich meine nicht, hey, wie geht's, alles gut, wie geht's den Kindern? Dieses Scheiß meine ich nicht. Wie viele Menschen kennst du so wirklich? Ihre tiefsten Geheimnisse, ihre Werte, die Art und Weise, wie sie denken, dass du sie komplett analysieren kannst. Wie viele sind das bei dir? 10, 20, 40, 50, wenn du ein extrovertierter Typ bist? Soll ich dir sagen, wie viele Menschen ich kenne? Und zwar so richtig, richtig. Bei mir sind es mindestens 10.000. Ist bei mir berufsbedingt, ich rede den ganzen Tag mit Leuten, ich berate Menschen, das ist mein Job. Ich habe mit über 10.000 Menschen gesprochen. Und zwar nicht über irgendwelchen Nonsens, sondern über ihre tiefsten Geheimnisse. Ich kenne die Denkmuster, die tief verborgenen Wünsche, die sich keiner traut auszusprechen, egal ob Männlein oder Weiblein. Ich weiß, wie der Hase läuft aufgrund von meiner Erfahrung. Du weißt das nicht mit deinen 10, 20 Leuten, die du da kennengelernt hast. Und wer bist du jetzt zu sagen, ja, Menschen sind individuell, weil ich zu blöd bin, um das Verhalten richtig zu deuten. Merkst du den Fehler selber? Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, jeder erfolgreiche Mensch, jeder Mensch, der schon sehr viel erlebt hat, sehr viele Erfahrungen mit anderen Menschen gesammelt hat, weiß ganz genau, Menschen sind alle mehr oder weniger gleich. Wenn du das anders siehst, dann kannst du einfach nicht das Verhalten von Menschen deuten und leidest an krankhaften Individualismus. Und das wird dir Schaden zufügen. Guck mal, dir passiert irgendwas, Frauen verlassen dich, Frauen betrügen dich, du bist so, ja, das liegt daran, dass sie es halt so wollte, weil Menschen sind individuell, es gibt für nichts Gründe, bla, 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 bla. Guck mal, ich bin von nichts überrascht, von absolut gar nichts überrascht, was Menschen machen, weil ich die Psychologie von Frauen verstehe nach über sieben Jahren Erfahrung. Nichts kann passieren, was mich überrascht. Ich stelle es immer wieder fest, ich arbeite mit einem Kunden zusammen, der kennt meine Kompetenz noch nicht zu 100% an und kommt zu mir, sagt, ey, da verliert eine Frau das Interesse an mir. Was soll ich machen? Der ist natürlich vorsichtig, hat Angst, sie zu verlieren und will mehr investieren. Und will der irgendwelche dämlichen Liebesromane schreiben, so, ich will dich und bla, bla, bla. Ich sage, guck mal, wenn du diesen Schwachsinn machst, den du da planst, dann wird folgendes passieren, gib dem Ganzen zwei, drei, vier Wochen und die wird dir einen Text schreiben, der in etwa so lautet, hey, ich habe mir das überlegt, ich habe über uns nachgedacht, ich brauche Freiraum, lass uns nur Freunde bleiben, bla, bla, bla. Die lehnt den ab, weil sie geht von dir weg, du gehst zu ihr hin. Ganz einfache Kindergartenpsychologie. Und was sage ich dem Kunden dann, der macht das trotzdem und kommt dann zwei Wochen zu mir, hey Sascha, ich weiß, ich hätte das nicht machen sollen, aber, aber ich habe es gemacht und das ist eingetreten, was du gesagt hast. Immer wieder, Story of my life, ich komme mir vor wie Rasputin persönlich. Ja, egal was passiert, die Leute drumherum checken nicht, das ist einfach nur die logische Konsequenz von dem Verhalten ist, was du hättest deuten können und deswegen kann ich hell sehen. Zumindest, wenn es um Frauen geht. Das Ganze ist jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft. Aber sobald du diesen Gedanken auch nur fasst, dieses Arschloch steckt, alle in eine Schublade. Ja, lass es gleich bleiben. Jeder, der mehr Erfahrung mit Menschen hat, steckt Menschen in Schubladen. Das ist effizient und wenn du es richtig machst und wenn du das Verhalten von Menschen lesen kannst, dann wirst du irgendwann verdammt gut darin und deine Vorhersagen werden zu 99% eintreffen und dann kannst du auch erfolgreich bei Frauen werden. Aber genug davon geredet, wir sind jetzt fast schon ein bisschen zu weit abgeschweißt. Lass uns mal darüber reden, warum du nicht erfolgreich bei Frauen bist. Es gibt nämlich mehrere Eigenschaften, auf die Frauen stehen und die lassen sich im Großen und Ganzen zusammenfassen mit männliche Attribute. Wir leben in einer sehr femininen und auf Deutsch gesagt pussifizierten Gesellschaft. Zumindest hier im Westen, sprich Österreich, Deutschland, Schweiz. Wir denken, dass es richtig wäre, als Mann sich eher feminin zu verhalten. Dass es richtig wäre, wenn wir ein Problem haben, darüber zu reden, als es zu lösen. Dass es richtig wäre, Ja und Amen zu sagen zu allem, was passiert. Dass Empathie und dieses Verständnis die wichtigste Eigenschaft ist, um Frauen zu bekommen. Das ist ja der Schwachsinn, der dir eingeredet wird. Aber ich verrate dir was, Frauen stehen auf immer wieder den gleichen Archetyp und zwar Männer wie mich. Männer wie meine Kunden. Erfolgreiche Männer, die wissen, was Frauen wollen. Frauen stehen auf Männer, die zum Beispiel durchsetzungsfähig sind. Das ist Durchsetzungsfähigkeit. Du willst etwas, die andere Person will dir das nicht geben. Gibst du jetzt auf oder bist du hartnäckig und beharrlich, bis du das bekommst, was du willst. Und darauf stehen Frauen. Weil wir Männer, wir wollen Schönheit. Wir stehen auf Schönheit. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Aber die Frauen, die achten nicht so sehr auf unser Aussehen wie umgekehrt. Frauen achten auf eine Sache und das ist auf Sicherheit. Wenn du als Mann einer Frau Sicherheit bieten kannst, dann bist du good to go. Du kannst echt ein verdammt hässlicher, kleiner Motherfucker sein. Frauen werden trotzdem auf dich stehen, wenn du den Frauen emotionale Sicherheit bieten kannst. Eine andere Eigenschaft, auf die jede Frau da draußen steht, ist Dominanz. Frauen wollen geführt werden. Frauen möchten, dass du Entscheidungen übernimmst. Und zwar nicht aus diesem, ich habe in dem Video gesehen, dass ich Entscheidungen übernehme und deswegen sage ich jetzt einfach irgendwas. Nein. Wenn du ein Machtvakuum siehst, wenn du siehst, dass eine Frau, dass Menschen im Allgemeinen geführt werden wollen und sich nicht entscheiden wollen, nicht wissen wohin, dann musst du diese Position einnehmen und die Führung, die damit einhergehende Verantwortung übernehmen. Das bedeutet Führung übernehmen. Dass du es für einen guten Zweck machst. Und darauf stehen Frauen. Und heutzutage können die Menschen nicht mal richtige Entscheidungen treffen. Die brauchen noch 100 Jahre für eine Kleinigkeit. Soll ich sie ansprechen? Ja oder nein? In 10 Minuten haben sie sie immer noch nicht angesprochen. Soll ich diesen Karrierewerk einschlagen, den Job annehmen? Ja oder nein? Dann erst mal 5 Monate rumüberlegen. Soll ich das Coaching von Sascha buchen? Ja oder nein? Erst mal nach 6 Jahren erst eintragen und buchen und 6 Monate zum Überlegen brauchen. Was für ein lächerlicher Schwachsinn. Wenn du erfolgreich bei Frauen werden möchtest, dann musst du Entscheidungen so schnell treffen können. Das ist extrem wichtig. Eine andere Sache ist der vernünftige Umgang mit deinen Emotionen. Achtung! Damit möchte ich nicht sagen, dass du keine Emotionen haben brauchst. Jeder hat Emotionen. Das wirst du auch nicht verhindern können. Du kannst nicht so tun, als ob du eine Maschine wärst und keine Emotionen hättest. Aber lass mich dir mal meine Definition von Männlichkeit erkläre. Männlichkeit bedeutet, nicht das zu tun, was sich richtig anfühlt, sondern das zu tun, was richtig ist. Das zu tun, was langfristig richtig ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du vor der Entscheidung stehst, spreche ich eine Frau an, die mir gefällt. Ja oder nein? Und du bist Single, du hast potenziell Lust auf eine Frau. Dann ist die langfristig richtige Entscheidung, sie anzusprechen. Ohne Wenn oder Aber. Das ist die rationale richtige Entscheidung. Du hast keine echten Nachteile, keine echten Konsequenzen. Dein Gefühl wird dir aber sagen, ich habe Angst, was soll der und der von mir denken? Ich könnte meinem Ruf schaden, bla 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 bla. Sie könnte mich sowieso ablehnen. Dieser ganze Schwachsinn, das sind deine Gefühle. Und wenn du ein Sklave deiner Gefühle bist und dich von Dingen wie Feigheit, Angst, Nervosität und Scham beeinflussen lässt, wenn das die Dinge sind, die dein Leben kontrollieren, dann werden Frauen nicht auf dich stehen. Du bist für Frauen ein absoluter Loser. Frauen können dich nicht einmal respektieren. Verstehst du das? Deswegen ist es unfassbar wichtig, dass du als Mann lernst, vernünftig mit deinen Emotionen klar zu kommen und rationale, richtige Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Nächste Sache, die jede Frau sich insgeheim von einem Mann wünscht, Disziplin und Ambitionen. Wenn du deine ganze Zeit damit verbringst, vom Smartphone zu hocken, dir gammelige YouTube-Videos anzusehen, irgendwelche Drogen zu konsumieren, zu kiffen, zu rauchen, zu saufen, ja, was erwartest du? Du bist eine schlechte Aktie. Du wirst im Leben nirgendwo enden. Du wirst irgendwann eine Midlife-Crisis haben mit Anfang 40 und du wirst todunglücklich und depressiv sein. Welche Frau soll auf so einen Mann stehen? Oder andere Sache, du musst in stressigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Sprich, vor allem in sozialen Situationen, wo Druck auf dich ausgeübt wird. Und wenn du ein Typ bist, der, wenn er in eine neue Gruppe kommt, die ganze Zeit darüber nachdenkt, oh nein, was denken die anderen von mir? Darf ich das sagen? Ist das zu viel? Und dann stehst du da die ganze Zeit rum wie so ein schüchternes Würstchen. Welche Frau soll auf dich stehen? Keine Frau wird dich attraktiv finden, weil sie nicht zu dir hinaufschauen kann. Und Frauen wünschen sich einen Mann, bei dem sie sich sicher fühlen und zu dem sie hinaufschauen können. Und niemand kann so einem Mann hinaufschauen, der schüchtern irgendwo in der Ecke sitzt und nicht einmal die Fähigkeit hat, vor andere Leute zu treten, sichtbar zu werden und das, was er denkt, fühlt, seine Meinung nach außen zu tragen. Wenn du so ein Typ bist, der erst mal 100 Jahre rum überlegt, ein verkopfter, ein analytischer Typ, dann hast du schon so gut wie verloren beim Thema Frauen. Letzte Sache. Du fragst dich jetzt vielleicht, wieso höre ich das zum ersten Mal? Warum erzählt mir dieser komische Typ zum ersten Mal genau das Gegenteil von dem, was mir jemals beigebracht wurde? Weil der gesellschaftliche Imperativ ist ja wirklich genau das Gegenteil von dem, was ich sage. Der gesellschaftliche Imperativ sagt, steh zu deinen Gefühlen und sei feminin. Die Zukunft im Westen ist feminin. Ich sage dir, warum Frauen das machen. Warum Frauen dir sagen, hey, ich will einen empathievollen, einen liebevollen, einen schwachen Mann, mit dem ich über meine Gefühle reden kann, einen romantischen Mann. Das wird dir doch gesagt, dieser Schwachsinn. Warum machen Frauen das? Guck mal, grundsätzlich sagen die Menschen nie die Wahrheit, vor allem in sozialen Situationen, wenn mehrere Leute zuhören, sondern Menschen sagen das, was sie in einem guten Licht dastehen lässt. Und an Frauen ist folgende Sache besonders. Frauen haben Angst, verurteilt zu werden. Und wenn eine Frau eine andere Meinung als die, die von der Gesellschaft akzeptiert ist, sagt, zum Beispiel wenn meine Partnerin sich stellen würde vor irgendwelche normalen Frauen und sagen würde, ich möchte einen Mann, der weiß, wo es lang geht. Ich möchte einen dominanten, einen starken Mann, der mich auch finanziell versorgen kann. Und ich bin eine submissive Hausfrau, die einfach nur zu Hause bleibt und den Mann versorgt und ihm Essen kocht. Stell dir vor, meine Freundin würde das sagen, vor anderen, die würde doch komplett geschämt werden, die würde fertig gemacht werden. Deswegen, wenn du eine Frau fragst, auf was stehst du bei Männern, wird irgend so ein gesellschaftlich akzeptierter, politisch korrekter Bullshit gesagt, weil Frauen nicht verurteilt werden wollen und weil sie ihr Leben lang diesen Schwachsinn eingeredet bekommen haben. Aber ich verrate dir was, das, was Frauen sagen und das, worauf Frauen wirklich stehen am Ende des Tages, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. weil unsere Biologie, unsere Instinkte, das, was sich über tausende Jahre bewährt hat, kannst du nicht verarschen. Das kannst du auch nicht reformieren. Es ist nicht so, dass die Frauen Jahrhunderte, Jahrtausende immer auf die gleichen Sachen gestanden haben und jetzt auf einmal nur, weil der Westen denkt, alles umzudrehen, jetzt stehen Frauen auf einmal auf andere Sachen. So funktioniert das nicht. So funktioniert Anziehung nicht. Das ist auch keine Entscheidung. Deswegen ist es so, dass ich die ganze Zeit, seit über zehn Jahren mir anhören kann von Frauen, du bist so ein Arschloch, du bist das, du bist das, du bist das, du verstehst mich nicht. Wer bekommt am Ende des Tages Frauen? Genau, Männer wie ich und Männer wie du, die zum Beispiel versuchen mit Empathie und ganz viel Verständnis auf Frauen zuzugehen mit dieser ganzen westlichen Scheiße. Das sind diejenigen, die gefrenzoned werden. Das sind diejenigen, die verlassen werden von Frauen für Männer wie mich und das ist die Realität und die musst du einsehen. Da kannst du dich gegen wehren, kannst dir jetzt in die Tasten hauen und mich irgendwie beleidigen und hassen oder aber du siehst es ein. Schau nur auf das Verhalten von Frauen, von Menschen im Allgemeinen. Solange jemand sagt, ich stehe auf empathische, nette Männer, bla 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 bla, aber dann sich ganz andere Männer angelt, Männer wie mich, Männer wie meine Kunden, dominante Männer, dann weißt du, woran du bist, dann weißt du, dass das, was ich dir hier erzähle, zu 100% wahr ist. Also scheiß auf das, was irgendjemand sagt, solange das Gesagte nicht mit seinem Verhalten übereinstimmt. Achte einfach mal darauf, worauf Frauen wirklich stehen, anstatt auf das, was sie sagen, worauf sie stehen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, vor allem hier im Westen. Ich komme zum Beispiel selber aus der Ukraine und egal ob Russland, Ukraine, diese ganze Ecke, die tickt ganz, ganz anders. Wenn du unsere Frauen fragst, unsere konservativ erzogenen Frauen fragst, auf was stehst du bei Männern? Die werden dir eine ganz andere Antwort geben. Dann wird kommen, ein Mann, der mich und meine Kinder versorgen kann, Punkt. Wenn dein Broker Versager ist, möchte ich mit dem nichts zu tun haben, ganz eklig, Finger weg. Das muss ein starker Mann sein, der mich verteidigen kann, auf sowohl physischer als auch psychischer Ebene. Das muss ein absoluter Stein sein. Das muss ein Mann sein, dem nichts etwas anhaben kann, der stoisch durch die Gegend rennt und wenn die Scheiße am Dampfen ist, dass der trotzdem einen kühlen Kopf bewahrt. Das muss ein dominanter Mann sein, der die Hosen anhat. Das ist so der Imperativ bei uns, aber nicht in der westlichen Welt. Es ist wirklich absolut alles am Arsch hier. Die wird genau das Gegenteil suggeriert, als das, was die Realität ist. Die wird genau das Gegenteil erklärt. Und das ist meiner Meinung nach eine absolute Verarsche, weil das, was dir Hollywood für Märchen erzählt, was dir deine Eltern für Märchen erzählt haben, deine Freunde, in der die ganze Gesellschaft, das führt ja dazu, dass du jetzt keinen Erfolg bei Frauen hast und dass du vielleicht in deinen Zwanzigern bist und nicht mal zehn Frauen in deinem Leben hattest, die alle eine Beziehung mit dir wollen. Was ist das für eine Verarsche? Deswegen wach auf und akzeptiere die Realität, wie sie wirklich ist. Und wenn du mehr über solche Themen erfahren möchtest, dann abonnierst du einfach jetzt meinen Kanal, weil ich rede hier die ganze Zeit über diese Sachen. Wenn du wirklich erfolgreich bei Frauen werden willst, dann abonniere einfach diesen Kanal, guck dir diese ganzen Videos an, klick dich durch und ich verspreche dir, schon in ein paar Tagen, wenn du ein paar Videos angeschaut hast, wirst du die Welt komplett anders betrachten und du wirst dir einfach nur denken, wieso habe ich diesen Scheiß nicht schon viel früher entdeckt. Und jetzt möchte ich dir als nächstes einmal zeigen, wie du diese Eigenschaften, von denen ich gerade geredet habe, überhaupt dir aneignen kannst. Let's go. So, ich brauchte eine kleine Kaffeepause davon, dir die ganzen langweiligen Basics zu erklären. Jetzt kommen wir zum wirklich spannenden Kram. Also, du weißt jetzt, Frauen stehen nicht auf schüchterne Männer, sondern auf diesen maskulinen Archetypen. Und du stellst auch fest, ey, scheiße, ich bin ja nicht so. Ich bin schüchtern, ich kann mich nicht durchsetzen, ich bin auf jeder Party diese arme Wurst, ich bin verkopft, ich denke zu viel darüber nach, was andere von mir denken und so weiter. Und jetzt naht die Rettung, denn ich habe eine gute Nachricht für dich. Diese ganzen Eigenschaften, die sind nicht in Stein gemeißelt, sondern alles ist veränderbar. Und ich möchte dir das anhand von einem Beispiel beweisen. Und zwar nehmen wir einmal die Schüchternheit. Schüchternheit ist wie eine Krankheit. Und ich finde es absolut verwerflich, dass es Leute da draußen gibt, die sagen, ja, es ist in Ordnung, schüchtern zu sein, dann bist du halt so, dann bist du ein Soja trinkender Softie, der in jeder Gruppe, in jeder menschlichen Interaktion erst mal zehnmal darüber nachdenkt, bevor er überhaupt redet. Nein, es ist eine Behinderung, es ist ein absolutes Handicap. Wenn du schüchtern bist, ist dein Leben nicht nur verdammt anstrengend, sondern du hast auch massive Nachteile. Frauen sind wirklich nur der Gipfel davon, du hast auch ganz, ganz andere Nachteile. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du schüchtern bist, dann sieht es für andere Menschen so aus, als ob du keine Persönlichkeit hättest. Weil du bist wie so ein langweiliger Scheißfilm. Du kannst von mir aus total super spannend sein in den letzten 15 Minuten, aber man wird dich nicht schauen, wenn die erste halbe Stunde vor dem Film absolut scheiße ist. Die Leute werden den Kinosaal verlassen und gehen. Und schüchterne Menschen, die brauchen immer etwas Zeit, um aus sich rauszukommen. Und die antworten immer nur mit irgendwelcher Scheiße. Ich meine, du kennst das, Mann. Bevor du wirklich die spannenden Dinge preisgibst, deine echte Meinung zu Sachen, vielleicht etwas, was schlecht ankommen könnte, was anderen auf den Schlips treten könnte, was polarisiert, was Menschen aber wirklich an dir interessiert. Bevor du dazu kommst, muss man erst mal so, ich klicke mal diesen Scheiß Kaffee hier weg, musst du erst mal so 10 Lagen an Unsicherheit wegmachen. Und dann kommst du erst aus dir raus. Wer hat denn Bock darauf? Du bist wie ein langweiliger Kinofilm. Und damit möchte ich nicht sagen, dass du irgendwie ein langweiliger Mensch bist. Ich bin sogar der festen Überzeugung, dass du Zuschauer irgendwo ganz tief in deinem Inneren etwas zu bieten hast, was super spannend ist. Jeder Mensch hat irgendwas zu bieten, was super spannend ist. Nur du musst in der Lage sein, dich besser zu verkaufen in den ersten 15 oder 20 Minuten. Das ist wie dieses Video. Wenn der Anfang total langweilig wäre, dann würde keine Sau hier weiterschauen. Egal wie gut die letzten paar Minuten dieses Videos sind. Und so bist du als schüchterner Mensch. Das heißt, wenn du durch die Gegend läufst und nicht mal in der Lage bist, dich in den ersten 1, 2, 3 Minuten zu verkaufen, dass Leute Bock haben, dich weiter kennenzulernen, insbesondere Frauen, dann hast du schon auf ganzer Linie verloren. Weil keiner hat Bock, vor allem eine attraktive Frau, die massenhaft Auswahl hat, die hat keinen Bock, da erst mal sich durch deine 10 Schichten Unsicherheit zu wühlen. Sondern für sie bist du einfach ein langweiliges Buch mit einem langweiligen Scheiß-Cover, ohne jegliche Persönlichkeit, ohne gar nichts. Deswegen, Schüchternheit ist überhaupt keine lustige Sache. Und wenn du schüchtern bist, sollte das kein Zustand sein. Deswegen möchte ich dir hier einmal zeigen, was Schüchternheit überhaupt ist, wie dieser Scheiß entsteht, wie diese Krankheit überhaupt zustande kommt. Ich habe dich hier was vorbereitet. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr dumm und oberflächlich erklärt. Ich könnte da noch drei Stunden einen Vortrag drüber halten. Aber es wird das tun. Also erst mal musst du dir vorstellen, du machst negative Erfahrungen in deinem Leben. Zum Beispiel sprichst du eine Frau an und wirst abgelehnt oder du wirst gehänselt in der Schule, was auch immer. Was jetzt passiert ist, du bewertest diese Ablehnung, diese negative Erfahrung persönlich. Also du nimmst es einfach persönlich. Weil du kannst zum Beispiel, wenn eine Frau dich ablehnt oder wenn du gemobbt oder gehänselt wirst, sagen, Jo, das ist der Lauf der Dinge, das hat nichts mit meiner Person zu tun, dass ich ihm wie wenig wert wäre. Oder du bewertest das eben hochgradig emotional und wirst dich dann nicht gut genug fühlen. Weil wenn dir irgendwas widerfährt, wenn dich Menschen hänseln, sich über dich lustig machen, dich vielleicht nicht respektieren, du von Frauen abgelehnt wirst und du das dann persönlich nimmst, dann wirst du dich zwangsläufig nicht gut genug fühlen. Du wirst einfach dich selber hinterfragen, du wirst vor dem Spiegel stehen und denken, bin ich vielleicht doch ein Loser? Bin ich vielleicht ein Versager? Muss ich vielleicht komplett anders werden? Und Achtung, Achtung, ganz wichtig. Ich habe dir ja hier gezeigt, in diesem Video, dass dein Verhalten, wenn du auf Deutsch gesagt eine kleine Pussy bist, dass das falsch ist und dass das nicht gut ankommt. Aber damit will ich nicht dich als Mensch beleidigen. Verstehst du? Du als Mensch bist komplett okay. Dein Verhalten wird nur Folgen in deinem Leben haben, die dir nicht gefallen. Das ist alles. Das brauchst du nicht persönlich zu nehmen. Und wenn du das persönlich nimmst, dann wirst du dich nicht gut genug fühlen. Das führt zu einer negativen Erwartungshaltung. Klingt kompliziert, ist es nicht. Negative Erwartungshaltung bedeutet, nehmen wir einmal das Szenario Mobbing Opfer. Also da ist so ein Schulkind, das wird von allen gemobbt und das ist gewohnt, gemobbt zu werden. Jetzt kommen die Eltern oft auf die schlaue Idee, dieses Kind zu nehmen und in eine andere Schule zu stecken. Und das wird höchstwahrscheinlich nicht gut gehen, weil jemand, der gemobbt wird, ist Angriffe gewohnt, der guckt nach links und rechts, oh nein, wo kann mich was angreifen? Und er lädt die anderen Kinder dazu ein, ihn zu mobben. Er macht das ihnen verdammt einfach durch die negative Erwartungshaltung. Deswegen kann ein Mobbing Opfer noch so oft die Schule wechseln oder den Arbeitsplatz. Ist ja auch im Erwachsenenleben immer noch so. Er wird immer weiter gemobbt werden. Stehst du? Und das ist eine negative Erwartungshaltung. Plus, wenn du die ganze Zeit auf die Schnauze bekommst von anderen Menschen und das konstant persönlich nimmst, wirst du dich auf eine krankhafte Art und Weise anpassen. Du wirst der Meinung sein, dass so wie du bist, deine Meinung und alles, was dazu gehört, dass es nicht gut genug ist. Deswegen wirst du eine Maske aufsetzen und vor anderen Leuten so tun, als wärst du jemand komplett anderes. Du wirst dich verstellen. Und ich sag dir was, keiner hat Bock, sich zu verstellen. Gar keiner. Wenn ich hier diese Videos machen müsste und zum Beispiel so tun müsste, als ob ich ein total politisch korrekter Typ wäre, ey, ich würde in 10 Jahren keine Videos drehen. Voll die nervige Scheiße. Also, wenn du dich verstellst, macht es keinen Spaß, in die Interaktion mit anderen Menschen zu gehen. Was machen wir deswegen? Wir gehen in den Rückzug. Wir vermeiden Interaktionen mit neuen Leuten, die wir noch nicht kennen. Weil natürlich ist es viel schwerer, mit einer Person zu interagieren, die wir noch nicht kennen, als mit deinem Freund, deiner Familie, Bekannten. Weil du noch nicht weißt, worauf diese Person vielleicht negativ reagiert, vielleicht allergisch reagiert. Und deswegen vermeiden wir grundsätzlich, wenn wir diese ganze Scheiße hier hinter uns haben, einfach jegliche zwischenmenschliche Interaktion. Wir sprechen keine Frauen an, wir versuchen neue Gruppen zu meiden, wir hassen Vorträge und wir vermeiden einfach die ganze Zeit. Was wird passieren, wenn du die ganze Zeit nicht unter Leute trittst? Du wirst einen Verlust von sozialen Fähigkeiten erleben. Weil wenn du eine Sache öfters nicht einsetzt, deine sozialen Fähigkeiten nicht einsetzt, dich nicht regelmäßig öffnest, dann wirst du auch irgendwann verlernen, das tun zu können. Und es wird immer schlimmer, immer schlimmer und immer schlimmer. Und daraus resultiert wiederum eine generelle Angst, sich zu öffnen. Und diese Angst wird ständig größer. Umso mehr du dich krankhaft anpasst, umso mehr du dich zurückziehst, umso mehr wird deine negative Erwartungshaltung verstärkt. Also das ist alles so ein verdammter Teufelskreis. Und am Ende des Tages sagst du dann, ich bin schüchtern. Schüchternheit ist ja wirklich nichts anderes als dieses ständige Überlegen, kann ich das jetzt wirklich sagen? Du hast Angst, was Falsches zu sagen. Du denkst ständig darüber nach, was andere Leute von dir denken. Du hast Angst vor Ablehnung. Und deswegen wirst du nicht sichtbar vor anderen Leuten und zeigst deine Persönlichkeit nicht sofort in den ersten ein, zwei Minuten. Bist wieder dieses langweilige Buch und hast keinen Erfolg bei Frauen. Das ist Schüchternheit. Und das ist eben nicht angeboren, sondern das ist genau das, als was ich dir das gerade beschrieben habe. Und die gute Nachricht ist, du kannst das ändern. Du hast so viele Möglichkeiten, das zu ändern. Guck mal, du kannst zum Beispiel, wenn du negative Erfahrungen erlebst, einfach aufhören, das persönlich zu nehmen. Klingt einfacher, als das ist ein psychologischer Prozess. Da muss sich was ändern oben bei dir. Aber das ist möglich. Du kannst dein Selbstwertgefühl erhöhen. Du kannst aufhören, dich nicht gut genug zu fühlen. Du kannst deine negative Erwartungshaltung senken. Du kannst aufhören, dich anzupassen und anfangen, mehr du selbst zu sein. Heißt nicht, heißt nicht, dass du irgendwelche dumme Scheiße machst, wenn die grundsätzlich falsch ankommt. Aber du hörst auf, die ganze Zeit deine Maske aufzusetzen und bist einfach mal ein bisschen authentischer. Also, du hast hier wirklich so viele verschiedene Hebel, um deine Schüchternheit komplett loszuwerden. Und die Menschen da draußen, die rechtfertigen sich ihre Schüchternheit oder andere Charaktereigenschaften mit, ja, ich bin halt so. Siehste, ist kompletter Bullshit. Und das Schöne daran ist, dass es egal, wo du dich gerade im Leben befindest, für dich 100% möglich ist, in den nächsten ein, zwei, drei Monaten, dieser eine Typ zu sein, der einen Raum mit mehreren Leuten betritt, eine Party, ein Klassentreffen, ein Freundestreffen, was weiß ich. Du kommst in diesen Raum und du wirst einfach respektiert. Stell dir das mal vor. Du wirst einfach respektiert. Die Leute wollen deine Meinung wissen. Sie fragen die ganze Zeit nach. Die Frauen schauen zu dir auf, dich mit feuchten Augen an und haben alle Bock, mit dir zu sprechen. Das ist möglich. Du musst nur ein paar negative Eigenschaften beziehungsweise Verhaltensweisen, weil nichts anderes ist Schüchternheit, das ist eine Verhaltensweise, du musst negative Verhaltensweisen loswerden und positive Verhaltensweisen, wie zum Beispiel einfach mal charismatisch und offen durch die Gegend zu rennen, authentisch zu kommunizieren, die Führung zu übernehmen, Dominanz aufzuzeigen, das kannst du etablieren und dann wird es möglich für dich sein und das machen wir hier bei unseren Kunden mit über 2000 Kunden schon seit über sieben Jahren und vollbringen wahre Wunder. Guck dir einmal unsere Webseite an. Guck dir an, was die Leute zu sagen haben. Das ist machbar. Du musst nur daran glauben, dass Veränderung für dich möglich ist und aufhören, dich selber die ganze Zeit kleinzureden und zu verarschen, dass es angeblich nicht gehen soll, weil du bist, wie du bist und weil Menschen alle ach so individuell sind und sich nicht verändern können. Das ist nämlich Bullshit. Ich habe dir das jetzt nur anhand von einem Beispiel gezeigt, der Schüchternheit. Aber es gibt noch viele andere negative Eigenschaften, die Frauen absolut hassen, wie zum Beispiel Harmoniebedürftigkeit, also wenn du so ein Ja und Amen-Saga bist, wenn du nicht andere Leute konfrontieren kannst, wenn du nicht auf den Tisch hauen kannst, deine Meinung sagen kannst, auch wenn sie andere Leute potenziell stört, das kann man auch wegbekommen. Oder wenn du nicht flirten kannst, wenn du ein vorsichtiger, verkopfter Typ bist, der nicht mal einen flotten Spruch raushauen kann. Das sind alles Eigenschaften, die man absolut ändern kann. Wenn ich dir jetzt erklären müsste, wie das funktioniert, würde das Video irgendwie fünf Stunden dauern und kein Schwanz würde sich das ansehen. Deswegen mache ich das nicht. Aber auf meinem Kanal findest du ganz, ganz viele verschiedene Videos zu den verschiedenen Thematiken. Also wenn du mehr darüber erfahren möchtest, einfach diesen Kanal abonnieren. Jedenfalls kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, dass es so zwei bis drei Monate dauert, bis man sich komplett verändern kann zu diesem Typen, auf den Frauen stehen. Aber es ist für jeden machbar, egal wer du bist. Auch wenn du jetzt aktuell dieser überpolitisch korrekte, angepasste Nice Guy bist, der nicht Nein sagen kann, der noch nie weibliche Brüste gesehen hat, dann ist es trotzdem für dich möglich, wirklich verdammt attraktiv für Frauen zu werden. Egal, ob du ein hässlicher Motherfucker bist oder egal, was deine Ausgangslage ist. Das ist für jeden machbar. Und dieser Glaube ist die erste Erkenntnis, die du hier nach diesem Video haben solltest. Wenn du lernen möchtest, wie das Ganze funktioniert, dann abonniere einfach diesen Kanal. Schau auf meiner Webseite vorbei, was wir alles für dich tun können. Schau dir die ganzen erfolgreichen Kunden an, die einfach der lebende Beweis dafür sind, dass es funktioniert. Aber vor allem abonniere erstmal diesen Kanal. Das ist der erste Schritt. Also am Ende des Tages habe ich jetzt hoffentlich dein komplettes Weltbild auf den Kopf gestellt. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder irgendwie sagen, mein Weltbild, das, was du bisher gedacht hast, ist komplett richtig. Und dann suchst du so nach Argumenten gegen mich und Sachen, wo ich Unrecht haben könnte. Oder du bist einfach schlau und stellst fest, ey, dieser Typ, von dem ich das Video gesehen habe, der hat 2000 Kunden beraten, der hat schon über 100 Frauen flachgelegt, der hat die perfekte Frau, die perfekte Beziehung und ist total glücklich, führt das perfekte Leben. Scheiße, warum habe ich das nicht? Und dann machst du etwas anders. Dann änderst du dein Verhalten. Dann änderst du deine Denkmuster und deine Weltansicht, um Erfolg zu haben. Also deine Wahl, ich würde dir dringend zu zweiterem raten. Es wird immer diese Versager geben, und das werden bestimmt 60, 70 Prozent von den Leuten sein, die wir hier auf dieses Video laden, die nach irgendwas suchen, nach irgendwelchen Angriffen. So, der redet doch bestimmt scheiße, weil es ist deine alleinige Entscheidung. Entweder du veränderst dich und du spürst diesen Schmerz der Veränderung oder du wirst noch einen viel größeren Schmerz erleben. Und zwar den Schmerz, niemals Erfolg gehabt zu haben im Leben, niemals Erfolg zu haben bei Frauen. Du wirst an deiner Schüchternheit leiden. Leide lieber jetzt direkt ein bisschen, indem du dich veränderst, aus deiner Komfortzone ein bisschen rausgehst, anstatt es später zu bereuen. Denn das tut viel mehr weh. Also, wenn du wissen möchtest, wie es richtig funktioniert, abonniere einfach diesen Kanal, schau auf meiner Website vorbei. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao. – Säge. – Säge. – Säge. – Säge.